hallo ihr süßen ich habe heute passt bekommen meine chest of hearts dezember box zwei bücher und ich bin so doll gespannt wie die aussehen haltet bitte daumen bis alles heil angekommen ist immer wenn so ein paar beschädigungen drin habe ich ein bisschen schiss also daumen halten also letzte chance spoiler warnung letzte chance wieder nach popcorn wie machen die das eine kerze glaube ich oder ja eine kerze interessant aus nicht schlecht die weihnachtstage das heißt das wird mein vater wieder der clown muss ich verstecken eine buch das schätzchen hier habe ich euch gleich andere ist das hier zeige ich auch gleich genauer ein lesezeichen ein paar weihnachtskarten sehr schön ich glaube jetzt habe ich alles klopfen da kommt noch was eine zeichnung noch einmal kurz wühlen da kommt noch was da habe ich noch was übersehen da habe ich noch eine karte ach bin ich fast übersehen aber jetzt war es so also das kriege ich da nicht wieder schön rein mit den zwei büchern aber ich lege das jetzt gleich mal aus und mache euch dann ein foto und zeige es euch auch nochmal bis gleich so das mache ich jetzt einmal freihand also das war in der box den zwei bücher und jetzt gehe ich einmal zurück zum statisch und zeige euch die bücher nochmal genauer also das hier ist das erste buch das finde ich wunderschön das ist der rücken und für den klappentext zoome ich euch jetzt wieder näher ran klingt doch toll oder? und jetzt zeige ich euch auch noch den Farbschnitt hübsch, oder? hübsch, oder? hübsch das ist buch nummer zwei auch sehr schön und für den klappentext zoome ich jetzt auch wieder ran klingt auch nicht schlecht, ne? und auch da zeige ich euch jetzt mal den Farbschnitt sehr schön richtig, richtig, richtig schön und zu dem Buch gibt es auch ein Bookplate das muss ich dann nachher noch einkleben und ich guck mal gerade ne, im anderen ist nix dann war's das auch schon also die zwei Bücher waren drin und wie hat euch meine box gefallen? das war's dann jetzt auch wieder von mir ich hoffe ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald tschüss